Herzlich willkommen meine Damen und Herren zum TFT Patch Notes Rundown Quick and Dirty. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an allen, die von Maximilien gekommen sind. Schön, dass ihr es geschafft habt. Es ist ein sehr, sehr großer Patch, das heißt wir werden hier ein bisschen durchrushen. Als erstes Twisted Fate ist dazugekommen, wer ihn auf dem PBE noch nicht gesehen hat. Ziemlich starke Unit und macht vor allem Pirate nochmal ein bisschen attraktiver, denn Pirate ist jetzt so, dass man früher ja immer nur für ganz Länger gehen kann. Dadurch, dass Twisted Fate schon ein Mage ist, kannst du zum Beispiel, also ein Sorcerer, kannst du quasi von Anfang an sagen, hey, ich spiele Chazardin, Twisted Fate, Pirates und wechsle dann in ein Sorcerer-Bild. Das macht Pirate an sich ein bisschen attraktiver und auch leichter zu bekommen. Gleichzeitig wurde Pirate aber ein bisschen genervt, dazu kommen wir unten allerdings nochmal. Ranked is live, habt ihr vielleicht schon auf Twitter gesehen, der eine oder andere sucht jetzt schon. Ich werde im Best Case Freitag einen 12-Stunden-Stream machen, bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob das zeitlich passt. Attack-Speed wurde verändert, das heißt generell könnt ihr euch so vorstellen, dass quasi Bonus-Attack-Speed, also wenn du jemandem einen Rekursiv-Bogen gibst, jetzt nicht auf jeder Unit gleich effektiv ist, sondern auf den, die mehr Base-Attack-Speed haben, ist es besser. Sie wollen einfach dadurch erreichen, dass man die Items Leuten gibt, also ADCs gibt, statt Mages, weil Mages konnten dadurch schneller Mana aufbauen. Jetzt ist es effektiver, wenn man das auf die ADCs packt. Gleichzeitig wurde viel davon sogar auch noch gebackt, auch dazu kommen wir nochmal unten. In den PvE-Rounds ist es jetzt so, und jetzt wird es ein bisschen tricky, dass man nicht nur Items bekommen hat, sondern auch Gold. In den Patch-Notes bei League stand, dass man auch XP bekommen kann. Das scheint allerdings nicht so zu sein, zumindest in den TFT-Patch-Notes-Rundown steht es nicht drin. Wenn ihr schon gezockt habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr XP gesehen habt. Und gleichzeitig sind nochmal Elder und Dragon jetzt leichter für Mages, weil sie nicht mehr diese MR-Reduction haben, das heißt, es sollte generell für diese Kombos ein bisschen leichter sein, die Epic-Monster zu besiegen. Level 9 ist ein bisschen leichter geworden zu erreichen, das war etwas, was man fast nie genommen hat, weil 70 einfach insane ist, selbst 64 ist immer noch extrem viel, kann allerdings hier und da den Unterschied machen. Ranks kann man nur zu dritt reingehen, das war am Anfang so gedacht, dass man auch zu 5 queuen kann, weil man Low-Elo ist, das führt aber obviously dazu, dass Leute dann das Spiel manipulieren können, immer einen gewinnen lassen können. Ihr wisst, wie es ist, im besten Fall einfach ein bisschen verhindern. Generell wurde es so geändert, dass es mehrere Champions gibt, die quasi, oder Fähigkeiten gibt, die Leute angreifen sollen, die das geringste Leben haben, und das richtet sich jetzt nach der Prozentzahl, statt nach der kompletten HP. Das bedeutet, dass es öfter mal sein kann, dass euer Renga jetzt auch einen Tank anspringt, wenn der relativ, relativ low ist, nämlich in Prozentual angesehenen Dingen. Beim Shop war es so, dass wenn du ein Level abbekommen hast, dann ein Reward hast, das scheinbar sich nicht aktualisiert hat. Ich habe es nicht mitbekommen, ist aber gut, dass wir das gefixt haben, weil so soll das natürlich nicht sein. Ansonsten, User-Interface ein bisschen besser gemacht, das ist ganz nett, und du kannst jetzt auch diesen DPS-Meter endlich sehen, wobei DPS, wo da ist ein Damage per Second, du siehst tatsächlich tote Damage-Meter, wie auch immer man das dann tatsächlich nennen soll. Jetzt kommen wir zu den Klasse und Rassen, und hier wird es schon ein bisschen interessanter, denn Demon wurde ein bisschen verändert. Demon war sehr, sehr stark schon bei zwei Units, weil es eine 40% Mana-Burn-Chance gab. Die wurde jetzt verringert auf 25, hinten raus ist allerdings noch mal besser geworden. Ich finde das ganz gut, weil Demon einfach etwas war, wofür Leute nebenbei gegangen sind. Du hast so Brand drin, hast du von mir aus noch Varus drin, und schwuppdiwupp hat es auf einmal Demon, was sehr, sehr schwer war, dagegen zu spielen. Das macht es jetzt noch attraktiver, gerade vier Demon ist etwas, was man ganz gerne mal erreichen kann, wenn man für die Combo geht, und das zu buffen, finde ich gar nicht so schlecht. Elementals wurde genervt. Maxim, see you next time in the Tournament. Sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, war einfach ein bisschen zu stark, es war fast in jeder Comp interessant, für Elementals zu gehen. Ich habe hier auf dem Kanal auch eine Folge hochgeladen, warum Maxim immer Elementals geht. Die Antwort ist, weil es fucking strong ist. Das wurde jetzt genervt, sowohl der Damage als auch das Leben wird trotzdem immer noch eine weitere Tank-Unit sein. Elementals kann man immer noch als Pseudo-Frontline-Klasse spielen, weil Canon auch noch gebuft wurde. Da kommen wir aber gleich zu. Guardians wurde gebessert. Ah ne, ja doch, Guardians wurde gebessert. Das heißt, man kann jetzt mehrere Stacks drauf haben. Ich weiß nicht genau, in welchem Szenario das gut ist. Wahrscheinlich in dem, wo du eine Leona und zwei Braums spielst, oder zwei Leonas, zwei Braum. Ich glaube, das kann witzig werden. Teste das gerne mal aus. Units Doppel zu spielen ist generell ja relativ nett. Ich bin mir aber gar nicht 100% sicher, ob es bei Guardians funktioniert, aber ansonsten machen diese Patch-Lons für mich nicht so viel Sinn. Ganz länger, wer es auf dem PBE schon gesehen hat, das ist insane strong gewesen. Denn ganz länger auf dem Live-Server war die ganze Zeit ein bisschen verbuggt. Das heißt, es war diese extra Attacks, could fail to fire high attack speed. Das heißt, er hat quasi diese Hits auf seinen normalen Attack-Speed gemacht und das war nicht so stark. Ansonsten wurden die extra Unit-Hits nochmal ein bisschen angepasst. Pirate wurde genervt, das heißt, das Durchstütz-Goal wird ein bisschen verringert. Das heißt, ihr werdet jetzt öfter auch gar nichts bekommen, obviously. Und ich glaube, das ist auch richtig so, weil Pirates durch Twisted Fate leichter zu bekommen ist, dass man ansonsten sehr stark im Snowball geraten könnte. Shapeshifter wurden so verändert, dass es jetzt so ist, wenn du einen Shapeshifter zum Beispiel nah sehr viel Health gibst, dann ist das Worth. Und auch wenn die Level abhaben, ist das Worth. So, wurde das hier reduziert. Allerdings ist das dadurch, dass dieser Bug gleichzeitig gefixt wurde, trotzdem ein Buff, weil die Leute tatsächlich insgesamt mehr Leben wiederbekommen. White hat den Nerf, den sie in den letzten Patch bekommen haben, wieder reverted bekommen. Das heißt, White kriegt jetzt wieder 8% Attack-Speed. Ich glaube, es ist auch wieder relativ strong. Ich persönlich spiele es generell relativ gerne, aber White hat immer noch das Problem, dass du sehr eindimensional bist. Du kannst von White 2 in Shapeshifter, Mage-Dragon reingehen und hast dementsprechende Optionen, aber du bist sehr abhängig davon, diesen Naht zu treffen. Das heißt, es ist für mich immer noch eher eine High-Risk-High-Reward-Kombo und nicht ganz so variabel wie zum Beispiel Ranger Knight, wo du noch auf Ranger Elemente wechseln kannst oder jetzt Pirates, wo du im Zweifelsfall auch noch ein bisschen wegsliden kannst in der Mage-Komp. Per Darius wurde verändert, dass er nicht mehr ultet, wenn nichts in der Nähe ist. Das ist obviously sinnvoll und es war generell schade, dass es überhaupt so gecodet war. Elise ist sehr interessant, denn Elise ist jetzt eine Ein-Mana-Kosten-Unit. Gleichzeitig ist es jetzt so, dass auch ihre kleinen Spider-Dinger auch Mana-Burnen können, was ganz cool ist. Die Mana-Kosten wurden dafür allerdings ein bisschen erhöht. Die Anzahl der Spider-Dinger auf niedrigen Level verringert. Das macht doch Sinn, weil es keine Tier-2-Unit jetzt mehr. Und generell wurde die Unit ein bisschen schwächer gemacht. Dadurch, dass sie jetzt allerdings eine Ein-Mana-Unit ist, könnte es interessanter werden, gerade für Full-Shape-Shifter-Kombos. Aber auch da wieder, du brauchst sie nah. Du hast der Nidalee, Elise und Nah. Und Nah ist immer ein bisschen das Problem. In der Demon kommt natürlich auch nochmal ein Buff, weil diese kleinen Spider-Dinger ja auch davon profitieren, wenn du 4 oder 6 Demons hast. Insgesamt deutlich stärker. 4 Euro wurde gebufft. Noble ist aktuell nicht mehr ganz so stark vertreten. Ich denke, dadurch könnte es wieder ein bisschen netter werden, weil man halt nicht eine Unit dabei hat, die Atta-Garbage ist, sondern nur noch mittelmäßig schlecht. Der Attack-Speed-Buff ist auch deswegen nochmal wichtig, weil Items ja jetzt mit Attack-Speed multipliziert werden. Das heißt, vielleicht kann man es 4-Rail-Attack-Speed spielen und sie dann verkaufen, sobald man einen besseren ADC hat. Not sure. Garen wurde genervt. Ich denke, darüber müssen wir nicht reden. War eine Unit, die du einfach in jeder Kommt am Anfang gespielt hast, weil es einfach aus meiner Sicht die stärkste Tier-1-Unit war. Vayne hat einen Attack-Speed-Buff bekommen. Auch das wieder interessant, weil Skalit mit Attack-Speed und Rage-Buff wurde auch gebufft. Dazu kommen wir unten. Und das ist natürlich für Vayne ein gutes Zeichen oder für alle, die es nicht mögen, dagegen zu spielen. Yay. Dann kommen wir zu Warwick. Warwick applies On-Hit-Effects. Das ist ein bisschen tricky, weil die Ultimate On-Hit-Effects macht. Titanic, Hydra, bam, 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 bam. Bam, meine Damen und Herren. Testet es. Ich glaube, es ist mega sick. Müsste es zumindest sein. Ari ist jetzt so, dass wenn die Ultimate rausgeht und sie stirbt, macht die Ui trotzdem noch Damage. Das ist nice. Jetzt ist es auch so, dass wenn sie gerade channellt und dann die Unit stirbt, attackiert sie was anderes. Das würde man, glaube ich, frustrieren, wenn sie da ihr Ding macht und die Unit stirbt, denkst du, ja, geil, danke für nichts. Und sie greift jetzt immer das Target an, was sie aktuell angreift. Das ist einerseits cool, andererseits natürlich auch ein bisschen doof, wenn du einen Assassin hinter dir hast, wird sie halt den Assassin angreifen. Ich denke, es ist trotzdem, insgesamt kann man damit besser arbeiten und die Gefahr, dass Ari einfach ultet, ohne eine Unit zu treffen, ist geringer geworden, weil ihre Auto-Attack-Range ja tatsächlich nur so hoch ist wie ihre Ult-Range oder ich glaube sogar einen Ticken geringer. Das heißt, sie wird immer treffen. Es sei denn, es gibt ihr Static, aber dann seid ihr wirklich sehr... Rapid-File, genau. Aber dann seid ihr wirklich selber schuld. Blitzcrank wurde stark gebuft, aus meiner Sicht, denn nearby Units werden jetzt eher das Target angreifen. Das war super wichtig. Sie haben nicht genau gesagt, wie sie es gemacht haben. Ich denke mal, dass die Units einfach 0,5 Sekunden später Agro ziehen oder so oder öfter gucken, was sie als Agro ziehen wollen. Ist auf jeden Fall mega worth. Ein Bugfix. Müssen wir nicht drüber reden, dass das sinnvoll ist. Bei Braum wurde es quasi nochmal der Tutel ein bisschen überarbeitet. Die Damage Reduction wurde ein bisschen gebuft. Und jetzt wird es interessant. Das Schild wird jetzt immer danach ausgerichtet, wo die weit entfernt setzte Unit ist. Bedeutet, wenn Leute cornern und hinter euch trotzdem ein Assassin ist, dann stellt er sein Schild nicht mehr da an, sondern sinnvollerweise in Richtung der Corner. Smart Buff. Really good. Großer Fan davon. Das war nämlich ein bisschen frustrierend. Lucian hat einen Buff bekommen. Das finde ich ein bisschen überraschend. Allerdings habe ich die Unit tatsächlich so oft gesehen. Das geht um den zweiten Hit, der macht Magic Damage und der kann auch Loons auslösen, by the way. Der wurde jetzt ein bisschen gebuft, wobei ein bisschen ganz gut ist. Er wurde ziemlich stark gebuft. Gerade weil Tier 2 Lucian finde ich im Mid-Game durchaus eine Unit ist, die euch lange durchcarryen kann, weil ihr viele Items geben könnt und sie danach verkauft für was Besseres. Zum Beispiel, wenn ihr Richtung Ranger dann geht. Und dementsprechend ist Lucian eine Unit, die ich immer finde, sie ist Mid-Game relevant, nicht Late-Game relevant. Und dementsprechend könnt ihr sie Items geben. Werde ich auf jeden Fall ein paar Mal testen. Pike, das ist erst ein bisschen verwunderlich. Die Mana-Kost wurde um 25, oder der Start-Mana auch um 25. What the fuck, Riot? Geht darum, dass er seltener zwei Ultimates in einem Fight machen soll, weil er dann mehr Mana braucht, um wieder dieses Mana zu stacken. Ist okay, finde ich cool. Pike war auf jeden Fall eine Unit, wo ich ein großes Problem hatte. Wir haben ja Spear of Surgeon sogar auf Pike verboten bei unserem internen TFT-Turnier. Reksa wurde gebufft. Meine Problematik ist, hier steht nichts über einen Bugfix. Und ich habe ganz viele Reksa jetzt gesehen, die einfach ganz, 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 ganz terrible getunnelt haben. Wenn das nicht gefixt wurde, ist die Unit immer noch Trash. Ansonsten ist es ganz nice. Burl-Duration deutlich verringert. Knock-Up-Duration deutlich erhöht. Damage minimal verändert. Aber der Damage ist eh relativ irrelevant. Es geht eher um diesen CC-Tal. Das Problem ist, wenn er seine Targets immer noch komplett sucht, wie ein Betrunk in eine Toilette, dann wird das auch weiter nichts. Shen hat mehr Start-Mana. Ist okay. Generell wurden die Ninjas ein bisschen gebufft. Zumindest Shen und Ken. Überrascht mich ein bisschen. Shen in Blade Master kommt. Sehr gern gesehen eine Unit. Gerade im Early-Game kann man sie jetzt auch so mal mitnehmen, weil sie halt eben mit mehr Mana startet und er seine Ultimate rauskriegt. Kommen wir zu den Tier-3-Units. Arthrox. Ist ja die Mana-Kosten reduziert worden. Ich glaube, der eine oder andere hat schon Erfahrung mit Arthrox gemacht. Ja, die Unit kann ziemlich hart eskalieren. Ich glaube, das macht es jetzt nochmal besser. Wie ihr auch schon mitbekommt, ist das jetzt auch schon wieder ein Demon, der gebufft wurde. Mit Elise und Arthrox hat man da jetzt also zwei nochmal attraktivere Varianten. Und ich glaube, gerade Arthrox ist eine Unit, die ein bisschen unterm Radar ist bei dem einen oder anderen. Testet sie mal. Gerade diese Mana-Reduction hier, also dass es so weniger Mana braucht, ist sehr, sehr schön, weil die Ultimate echt hart reinklatscht. Yves hat einen brutalen Buff bekommen, muss ich sagen. Da habe ich mich komplett überrascht. Mehr Leben, sei geschenkt. Execute Threshold, 65% der AP. Holy Shit. Das ist halt mega viel. Und der Execute Damage Multiplier wurde auch nochmal erhöht für die Tier-2-Unit. Plus, die Leute werden jetzt CC'd, wenn sie ultet, damit die nicht rausrennen. Die haben es quasi nicht geschafft, das zu fixen, dass da Leute rausrennen und nicht getroffen werden. Und deswegen werden sie kurz CC'd. Ich meine, das sind 0,35 Sekunden. Und es ist nur ein Rude, aber es ist trotzdem was. Ich meine, why? Also Yves auf jeden Fall jetzt eine Unit, die man gerade in Assassin-Coms eher mitnehmen wird. Gangplang. Macht jetzt auch On-Hits-Effekt, das ist ganz cool. Außerdem wurde der Text-Wild ein bisschen gebufft, Helfen ein bisschen gebuckst. Und ich glaube, das hier ist das Entscheidendste. Weil diese Barrel-Combo ist manchmal ein bisschen Strangere von der Animation, wo er ganz, ganz lange gechancelt hat, weil irgendwie die Animation zwischendurch gecancelt wurde. Ich glaube, das war das Wichtigste. Der Rest ist nice to have und könnte natürlich auch nochmal relevanter werden. Gangplang meistens allerdings die Unit, die du mitnimmst, weil sie halt verschiedene Klassen gleichzeitig hat. Ganz flieger und Blade Master. Und deswegen sehr variabel einsetzbar ist, dass sie jetzt nochmal ein bisschen besser ist. Macht das Ganze angenehm. Enemy Healing wurde bei Cutter-Batschmann nicht ganz ausgelöst. Das habe ich tatsächlich nie gehabt, den Bug, aber ich spiele auch super wenig Assassins. Cannon hat einen ordentlichen Buff bekommen. Schon auf 1 und auch auf 2, auch wenn das hier wieder nicht vernünftig aufgesplittet wurde. Und der Attack-Damage wurde ein bisschen erhöht. Finde ich nett. Ich habe Cannon generell schon gerne gespielt. Dadurch, dass Elemente dieser Golem allerdings genervt wurde, ist das auch okay. Und Brandt wurde auch genervt. Darauf können wir allerdings später nochmal. Cannon trotzdem immer noch eine gute Überlegung, jetzt mehr denn je. Okay, Mogenna hat das gleiche Betreat beim Kompidarius. Das heißt, ihr ultet nicht mehr, wenn da nichts ist. Und der Damage wurde ein bisschen erhöht. Das ist der zweite Buff für Mogenna. Könnte nett sein. Auch wieder ein Demon. Ihr merkt schon, das geht in die Richtung. Poppy wurde auch richtig, richtig ordentlich gebuft. Erstmal der Amor-Buff, der ist nice. Allerdings Stuntration erhöht. Und gleichzeitig, wenn ihr seht, hier zwei Antistanz, jetzt zwei Leute. Das war überfällig aus meiner Sicht. Yordekoms gehen mir allerdings mega auf die Eier. Und ich glaube, das wird durch diesen Poppy-Buff nicht unbedingt weniger werden, sondern eher mehr. Trotzdem finde ich ein okayer Buff. Also gerade das mit der Ultimate, dass man gleichzeitig auch die Stuntration hochholt, finde ich ein bisschen tricky. War vielleicht zu viel. Ich glaube, die Unit ist aber gerade hierdurch jetzt einfach auch sinnvoller zu bauen. Renga ist jetzt so, dass der Attack-Speed multiplikativ funktioniert. Das heißt, wenn er auf jemanden draufspielt, kriegt er den Attack-Speed. Das skaliert jetzt mit der Attack-Speed besser. Das heißt, Renga-Items zu geben ist mehr worth. Ich habe es einmal getestet. Ich fand es nicht so geil. Weil dadurch, dass er allerdings ja mit seiner Ultimate immer das lose Target sucht und jetzt halt eben nach Prozenten geht, könnte das tatsächlich ein Double-Buff sein, der ganz gut hilft. Shyvana hat einen deutlichen Buff bekommen. Das heißt, sie hat jetzt einfach, also ihr seht ja die Werte, es ist einfach ordentlich, Health mehr, Attack-Speed mehr, wenn sie sich verwandelt, mehr Damage. Ja, kann man machen. Ich fand Shyvana generell von den Shapeshiftern schon immer recht angenehm. Dadurch, dass Elise jetzt CT-1-Hünder ist und nicht so stark im Midgame sein wird, ist Shyvana eh noch mal attraktiver. So, und jetzt ist sie noch mal attraktiver. I don't mind. Ich fand sie vorher schon nicht so mega schwach. Vaga hat nochmal mehr Damage bekommen gegen Leute, die weniger Sterne haben. Einfach, falls jemand mehr als 10.000 AP hat, wollen wir auf Nummer sicher gehen. Und die Mana-Kosten wurden reduziert. Das ist ein bisschen tricky, weil er mit Seraph fand ich eh schon relativ oft ultet. Seraph, wie auch immer. Weil er da einfach seine Ults quasi so rausschleudert. Und das bedeutet, dass er noch früher ulten kann und auch noch öfter. Yay. Ist übrigens auch wieder ein Yordel. Hallo Poppy. Dann kommen wir zu Wulibär. Wulibär wurde gebufft. Ich fand Wulibär tatsächlich ziemlich garbage, aber die Must-Stand-Buffs hat mich ein bisschen überrascht. Weil dieser Attack-Speed-Buff ist im Zuge dessen, dass er Attack-Speed jetzt eben mit dem Base-Attack-Speed skaliert, besonders wichtig. Weil ich finde, Items Wulibär zu geben war schon immer recht witzig. Und ich glaube, jetzt wird es noch interessanter, weil die Attack-Damage-Ratio nochmal erhöht wurde. Die Mana-Kosten reduziert, Health erhöht. Ist einfach ein straight-up überall buff. Also ein Wulibär mit Attack-Speed könnte wieder sehr, sehr witzig werden. Vor allem, weil das jetzt auch mit Runans funktionieren sollte. Dazu kommen wir aber gleich nochmal, weil das Applied jetzt auch nicht defekter. Das könnte witzig werden. Tier 4-Champions. Akali hatte mehrere Bugs, wo sie einfach mit der Ultimate nichts getroffen hat. Haben wir, glaube ich, alle mal erlebt. Meistens habe ich davon profitiert. Yay. Und auch sie hat das Ding, dass sie jetzt nicht mehr Ultimates macht, wenn er kein Gegner ist. Das ist sehr sinnvoll. Das sollte einfach bei einem Champion zu sein. Brands Mana-Kosten wurden erhöht jetzt auf stolze 125. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Es war aber auch sehr oft so, dass Brands zwei, drei Ultimates rausbekommen hat. Ist trotzdem die Frage, ob er jetzt bei Elementals immer dabei sein wird. Weil Anivea wurde auch noch gebufft. Aber Anivea ist obviously in der T4-Unit. Ich habe oft Brands auch im Kompos gespielt, wo ich gar keine Elementals hatte. Vielleicht auch in der Sorcerer-Comp gerne mal. Da wird er jetzt später ulten. Finde ich berechtigt. Fand die Unit ziemlich, ziemlich stark. Chogart ist genauso ein Kandidat. 100 weniger Leben. Und dieser verdammte, abgefuckte Knock-Up wurde endlich reduziert. Vor allem auf 1 und auch noch ein Stück weit auf 2. Auf 3 ist es gleich geblieben. Chogart werden wir allerdings meistens auf 2 sehen. Und da ist die Änderung minimal. Aber zumindest Chogart 1 nervt jetzt nicht mehr so brutal. Das ist auch bei Cedrani der Fall. Finde ich sehr sinnvoll. Draven, sippler Nerf. Finde ich okay. War am Anfang mega broke. Mittlerweile haben wir alle ein bisschen mehr Ahnung von TFT. Und das ist ein bisschen besser geworden. Und der wurde auch schon genervt. Aber ist nochmal ein kleiner Nerf. Finde ich in Ordnung. Weil ganz oft habe ich immer noch gesehen, oh, das ist ein Draven. Spiel ich halt Draven ohne viel Sinn dahinter. Nah wurde genervt. Das tut durchaus weh. Gerade in der White Comp. Ansonsten hat man Nah ganz gerne mal gespielt. Ich denke, jetzt wird er gegenüber Chogart und Seju immer noch bestehen können. Weil die halt eben auch ein Stück weit genervt wurden. Trotzdem, bei ihm ist die Problematik, dadurch, dass das reduziert wird, muss man überlegen, kann man Nah in die Frontline stellen? Und wird er dann ulten oder nicht? Nah 1 wird das fast nie schaffen durch diesen Nerf. Das ist ein bisschen tricky. Gerade wieder für die White Comp. Aber sie wurde auch gebufft. Also hey, who knows? Leona, Malerkosten reduziert. Finde ich in Ordnung. Hab die Unit relativ selten gebaut. In der 6er Nobe kommt, wird sie gern gespielt. Guardians hat jetzt mehrere Buffs bekommen. Braum wurde verändert. Leona wurde gebufft. Guardians an sich kann man jetzt öfter stacken. Kann mir vorstellen, dass wir das wieder öfter sehen werden. Sejuani, hier ist das Angesprochene. Das hier ist das Wichtige. Auf Level 1, 3 Sekunden Stun ist disgusting. Auf Level 3 kann sie es haben. Und auf Level 2 ist es auch ein bisschen reduziert worden. Das sagt dafür, dass Chogart und Sejuani nicht mehr in jeder Comp. als C4-Unit einfach reingespissen werden können, um CC zu haben. Finde ich cool. Bedeutet auch, dass man eher auf C2 committen muss, um sie auf 2 zu kriegen. Und das finde ich absolut in Ordnung. Der Sprung ist übrigens auch krass. 1,5 Sekunden ist ein ordentlicher Unterschied. Das hier ist sehr interessant bei Aniver. Das heißt, wenn Aniver stirbt, geht ihre Ultimate weiter. Und das ist ziemlich cool. Wenn man so drüber nachdenkt, finde ich es ein bisschen weird. Weil es ist ja im echten Game auch nicht so. Also ein bisschen strange. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was dazu führen kann, dass man sie öfter mitnimmt. Ansonsten habe ich sie nicht so als stark empfunden. Ich habe sie bei Elementals meistens reingespielt. Statt Lysanta. Jetzt werde ich sie wahrscheinlich reinspielen. Statt Brand. Um dann nochmal mehr Glacial Buffs zu kriegen. Wenn ich eh schon zum Beispiel Seju dabei habe, habe ich ja noch eine Unit mehr, die Stunt. Oder auch ohne Seju habe ich überhaupt Units, die Stunt. Missfortune. Es ist jetzt nicht mehr so, dass sie Random-Win angreift, sondern den, den sie gerade angreift. Das ist gegen Assassin's wieder ein Problem. Das hatten wir heute schon mal. Ist allerdings generell auch durchaus eine sinnvolle Sache, weil sie dann halt das ultet, was sie angreift. Kann allerdings zu schlechteren Ultimates führen, weil meistens greift sie ja das nächstliegendste Tage dann. Das kann so ein bisschen schräg stehen und die Kornern hier. Könnte Tricky werden. Müsst ihr mal darauf achten, ob das für euch tatsächlich besser oder schlechter wird. Mana-Kost erhöht. Es wird keine Instant-MF-Ults mehr geben mit Double Seraph, was schön ist. Die Unit wird generell halt hauptsächlich in diesen Gunslinger-Coms gespielt und da fand ich sie tatsächlich sehr, sehr stark. Oder in Sorcerer, die es hart abusen, die können das wahrscheinlich immer noch machen. Ansonsten auch hier noch ein Bugfix. Yasuo, wichtig. Ability now applies on-it effects. Das heißt, sein Knock-Up kann jetzt auch noch Static-Looten, sonst was auslösen. Knock-Up-Duration wurde gebarft, Damage wurde gebarft. Das alles liest sich sehr, sehr schlimm. Allerdings skaliert sein Schild, glaube ich, nicht mehr mit AP, weil sie das ja gehotfixst hatten. Und dementsprechend ist es insgesamt trotzdem in Ordnung. Ist immer noch eine Option, wenn ihr eh für Blade Master geht, hinten raus nochmal was mitzunehmen. Könnt ihr auch so als starke Legendary Unit spielen und kann da jetzt besser konkurrieren mit the likes of den anderen halt, ne? Items. Das hier ist der beste fucking Change ever. Items for no longer benefits from Ability-Power. So fucking wichtig. Lock-It-Stack, get the fuck out. Super wichtig. Das ist einfach super wichtig. Ich kann das nicht oft genug sagen, ne? Wer gegen Double-Lock-It-Rabodons gespielt hat, der will sich einfach nur schießen. Spatula wurde jetzt auch nochmal verändert. Das heißt, das ist jetzt verdoppelt. Das heißt, wenn du jemanden jetzt im Assassin hast, kriegt er statt 20 AD, was ja das BF geben würde, 40. Das heißt, mach nochmal attraktiver. Einer Unit. Nicht einfach zwei... Also Force of Nature wird slightly genervt, weil das einfach so dominant war, werden die anderen jetzt nochmal ein bisschen attraktiver gemacht auszubauen. Cursed Blade, das ist das, was Stars reduzieren kann. Kann jetzt auf null reduzieren. Das ist ziemlich krass. Und generell ist es so, dass es nicht mehr diesen Merkwürdigen gab, wo du jemanden auf eins machst. Da triffst du ihn auch mal, dann wird er wieder zwei. Ja, what the fuck. Hab ich zweimal erlebt und dachte mir einfach nur, die wollen mich komplett trollen. Frozen Heart fand ich eh schon schön. Das war allerdings ein bisschen buggy, weil es zu selten aktualisiert hat. Und deswegen Leute manchmal einfach vorbeigelaufen sind und keine Tech-Speed-Nerve bekommen. War mich looking at you, Lucien. Das wird jetzt wahrscheinlich einfach öfter aktualisiert. Finde ich gut. Gut, Guardians Agent, man kommt schon nach zwei Sekunden raus. Das ist ein Buff tatsächlich. Im League wäre es wahrscheinlich eher ein Nerf. Hier ist es ein Buff, weil er dann einfach direkt wieder in die Action reingeht und nicht wiederbelebt wird, wenn alle anderen schon tot sind. Man kommt mit 1000 HP wieder. Das ist solid. Ich denke, da kann man was machen, vor allem, weil man das Mana behält. Und Grievous Rounds werden jetzt auch deaktiviert, wenn man wiederkommt. Ich weiß nicht, warum das so sein soll, aber Riot wollte es so und es hat scheinbar nicht funktioniert. Rage Blade, 4%. Ouch. Did this actually could hurt? So eine schöne Wild Tech-Speed-Comp, aber natürlich auch für Vang generell interessant, weil auch ihr Tech-Speed nochmal gewacht wurde. Also macht die Augen auf nach Rage Blade. Hexer Gunblade, da wurde etwas genervt, dass das nicht mehr mit iTunes funktioniert. Das ging darum, du hast jemanden vor mir gegeben und auch noch Gunblade. Und Gunblade hat gehealt für den Schaden, den er bekommen hat, bevor er reduziert wurde. Ne, er hat für den Schaden gehealt, den er dann von wiederum ausgeteilt hat, was so viel sein konnte, dass er im Endeffekt gar kein Damage bekommen hat, sondern sich mehr geheilt hat. Das war mega weird und das ist jetzt auch ein Stück weit reduziert worden, was durchaus sinnvoll ist. Iconic Spark macht jetzt True Damage, finde ich fein. Es war auch ziemlich buggy. Diese 75 Damage habe ich auch das eine oder andere Mal erlebt. Ich finde, das ist sehr sinnvoll, dass einfach, ähm, ja, Bugs zu entfernen ist immer sinnvoll. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das Item bauen werde. Ich kann mir vorstellen, dass es gegen die eine oder andere Mage-Comp oder so ganz cool ist, aber immer noch eher nicht ein Item als ein wirklich sinnvolles. Locked wurde das Schild gebufft, allerdings ist es jetzt nicht mehr so, dass es quasi einmal um dich herum geht, sondern zwei Spaces links und rechts. Das heißt, man muss sich jetzt eher in der Linie aufstellen, was meistens nicht so cool ist. Das heißt, wir werden weniger Corneren sehen, sondern eher so Frontline und dann Backline, also so ein Zwei-Zeilen-Ding. Ähm, ja, ist nochmal ein bisschen was, wo man sagen muss, dass man im Endeffekt, dadurch, dass der Schildwert erhöht wird, wenn du es richtig aufstellst, kannst du jetzt sogar mehr aus dem Locked rausziehen, gerade bei 5, 6, 7 Units. Ist allerdings schwerer, was die Aufstellung angeht. Dadurch, dass Locked allerdings so dominant war, finde ich es ganz cool. Dadurch, dass Locked allerdings ja auch nicht mehr mit AP zusammenhängt, finde ich es auch nicht unbedingt notwendig. Ich finde es aber ganz cool, dass es Items gibt, die ändern, wie du aufstellst, weil du davon natürlich auch nochmal profitieren kannst, wenn du vernünftig aufstellst. Ludens ist jetzt so, dass es jetzt immer den richtigen Damage-Wert macht, das war verbuggt. Vielleicht habt ihr es auf Reddit gesehen, ist ein bisschen komplizierter. Ähm, ja, manchmal ist das auch auf Auto-Attacks gepockt, wenn ich auf die normalen, ich glaube, das war bei Lucien gerade so. Ganz oft hat mein erster Auto-Attack auf einmal Ludens gepockt, das war ein bisschen weird. Bei Arcadi war das auch ganz oft so. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Äh, sie haben es allerdings jetzt gefixt. Das erste Tag kriegt ihr 200 Damage und der AOE-Damage ist 0 plus 1 AP gewesen und wird jetzt einfach auch zu 200 gemacht. Das heißt, Ludens geht jetzt auch nicht mehr mit AP. Ist eigentlich ganz cool. Ich denke, ich würde es auf Lucien gegebenenfalls einfach mal wieder probieren. Ich glaube, es kann ganz nett sein. Einfach nochmal diesen AOE 200er hier zu haben, ist nett. Und auch diese 200 generell ist nochmal eine gute Sache, gerade für Leute, die es öfter procken können. Auf sowas wie Brand oder Aurelion oder so sehe ich es nicht, sondern auf Leuten wie zum Beispiel in Lucien. Morelos hat mich sehr überrascht, der Buff. Fand ich mega strong schon auf sowas wie Chugert und Cedrani. Dass das nochmal gebufft wurde, ist für mich überraschend. Baudus ist einfach ziemlich strong auf den Frontliner, die AOE-Abilities haben. Kann sehr, sehr gut funktionieren und sollte die auf jeden Fall mal testen. Rapid Fire Cannon, ja, das war ein bisschen Buggie. Wenn quasi etwas deine Attack Range modifiziert, hat sich das nicht aktualisiert. Das heißt, Nelidi auto-attackt so mit Rapid Fire Cannon über 8 Felder, wird so in MIDI-Form und behält diese Attack Range. Die aktualisieren das jetzt einfach öfter. Also da zieht sich die Zahl einfach öfter vom Server. Dementsprechend ist das Problem gelöst. Es gibt allerdings auch keinen anderen Champ. Doch tatsächlich Nah sollte dieselbe Problematik gehabt haben. Aber ich habe meinen Nah nie Rapid Fire Cannon gegeben. Also not quite sure. Rekursivbogen wurde gebufft. Das ist, ähm, ja. Das ist da. Das macht übrigens auch Rageblade wahrscheinlich indirekt besser. Das steht hier nicht genau. Aber ich denke mal, dass alle Items dahinter auch gebufft wurden. Oder eben nicht. Dadurch, dass es nicht drinsteht, würde ich eher davon ausgehen, dass es nicht so ist. Dass nicht alle Items 5% mehr haben, sondern Rekursivbogen einfach an sich als kleines Item ein bisschen besser geworden ist. Ja, aber es macht keinen Sinn, ne? Die anderen sind ja auch besser. Es gibt ja keine extra Stats. Ja, das heißt, Ragebiller hat 5% mehr Attack Speed. Ha. Tricky. Redemption ist jetzt nicht mehr so, dass es geht, wenn jemand stirbt. Sondern wenn er auf 25% AP bekommt, denke ich, der kriegt auch kein Damage mehr. Das war eh ein bisschen weird, weil manchmal hat er mehr bekommen, manchmal weniger. Ruderns ist eine sehr interessante Erinnerung. Es gibt jetzt nicht mehr zwei extra Bolzen, sondern nur noch einen. Und der macht auch noch 25% Damage. Aber er applied on a defect. Und das kann witzig werden. Also Wodibär müsste sehr interessant sein. Demon-Kombus generell, das auf den Varus zu machen, kann nochmal ganz nett sein, weil der dann auch nochmal das burnt. Ähm, Static. Also das sind alles Dinge, wo ihr drüber nachdenken könnt, ob ihr es mitnehmt. Ähm, Seraph, äh, konnte man irgendwie, beim Stacken gab es Probleme. Ich hatte selten vier Tränen über. Aber wenn ihr es hattet, dann habt ihr wahrscheinlich einen Bug erlebt. Und den gibt es jetzt nicht mehr. Static ist jetzt, dass es, ähm, nur noch drei Leute trifft. Also drei Additional Targets. Also insgesamt quasi vier. Und, äh, nicht mehr einfach alles, was, ähm, ja, in so einem Cone dahinter war. Warum das so gekurrt war, weiß ich nicht. Weil Static ist doch, ja, sollte auch so sein. Ist jetzt so, wie es ist. Und es wird auch tatsächlich nur noch einmal geprockt pro, äh, Launch Attack. Das ist gerade bei ganz Längern entscheidend. Weil die ja ansonsten, tak, 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 durch, äh, statiken konnten. Das ist jetzt nicht mehr möglich, sondern jedes Mal, äh, wenn ihr neu zum ersten realen Auto Attack ansetzt. Formel ist jetzt ein bisschen anders. Mitigated ist ein witziger Wert. Ich kenne ihn, äh, dank der Stats of Doom Challenge. Das heißt, es ist nicht mehr, äh, der Reflective Damage ist nicht mehr 35% von dem Damage, den ihr bekommen habt. Sondern 100% von dem Damage, den ihr reduziert habt. Das bedeutet, Mitigated halt resuzieren. Das heißt, wenn du quasi Formel hast, ist es sinnvoll, noch mehr Armor Items zu geben. Denn desto mehr Schaden er nicht bekommt, desto mehr reflektiert er. Ja, und das jetzt als True Damage, könnte witzig werden. Vielleicht sogar Double Formel, vielleicht stackt das. 200% von den Schaden, den er reduziert hat. I'm not sure, teste das gerne mal aus. War Marks finde ich eine coole Erinnerung. Statt Max HP ist es Missing HP. Das bedeutet, es wird stärker, desto lower das Target ist. Chogart, I'm looking at you, könnte interessant werden. Habe ich trotzdem wenig gebaut, weil man einfach so viele attraktive Items aus den Giants-Bed aktuell machen kann. Ähm, Glacial, Titanic Hydra, ähm, Redemption. Das sind alles Dinge, die ihr daraus holen könnt. Und zu guter Letzt auch Zekes, dass es das 5% Attack-Speed-Aura-Bonus gibt. Und, ähm, jetzt eben auch zwei Felder links und rechts applied wird. Also auch hier nochmal dieselbe Änderung quasi, wie es auch davor gab. Also jetzt noch ein paar Bugfixes. Das ist ganz, äh, a billion other Bugfixes. Das ist Selection and both. Ja, meine Damen und Herren, das war der TFT Patch Notes Rundown. Quick and Dirty, 26 Minuten, fast 27. Wer hätte das gedacht? Checkt auch meine TFT-Videos aus. Ansonsten kommt ihr auf den zweiten Kanal heute. Ich weiß es nicht. Guckt nach. Ich glaube, es kommt in League-Gameplay. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Grüße an alle, die von Maxim da sind. Äh, seid so nett und lasst ein Abo da. Dann immer noch sind 75% der Zuschauer auf meinem zweiten Kanal. Keine Abonnenten. Das ist sehr schade. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Johnny.